Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, immer noch Stunde der Wahrheit. Heute am 3. Mai abends habe ich mich eingefunden, den nächsten Teil 20 zu lesen, aus dem wundervollen Buch von Theodor Griesinger über die Geschichte der Jesuiten, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Es ist ja im Grunde auch eine Geschichte der Jesuiten, es heißt aber nicht so, es geht um ihre Wirksamkeit im Verborgenen und im Offenen, von der Gründung des Ordens bis jetzt, wobei jetzt 1866 ist, wo der erste Band damals erschienen war. Und dieser Teil 20 geht jetzt also schon langsam in die Endphase des Buches rein, ich würde mal sagen, wir sind über die Hälfte drüber. Und ich habe heute Abend das Vergnügen, meinen Bruder Michael wieder über Skype begrüßen zu können, wie ihr natürlich in dem kleinen Fenster oben seht, dass der wieder bei uns dabei ist heute Abend. Und ich freue mich, dass Michael die Zeit gefunden hat, uns Gesellschaft zu leisten und vielleicht auch noch ein paar Dinge mit uns zu teilen während dieser Lesung, die mir alleine vielleicht hier und da entgehen. Michael, herzlich willkommen und wie geht's dir? Ja, hallo Jörg und hallo liebe Abonnenten und bald Abonnenten des Kanals Jogler 66. Also mir geht's heute Abend ganz gut und ich freue mich drauf, mal wieder da sein zu können und meine Kenntnisse der altdeutschen Schrift mal etwas zu verbessern. Ja, da hilft das Buch ganz sicher bei, ja, das glaube ich. Bevor wir loslegen, heute noch ein kleines Dankeswort. Ich habe heute wieder einen Brief erhalten von meinen wunderbaren Spendern, möchte ich beinahe sagen, also meinen Begleitern aus Frankfurt, Kerstin und Helmut, einen schönen zweiseitigen Brief, wo sie mich darauf nochmal hingewiesen haben, dass ich mir vielleicht mal eine Adresse besorge, hier in Belgien von einer Buchbinderei, um das Buch, das sie mir geschickt hatten von Griesinger, die beiden Bände haben ja ein Buch von 1866, also original, um das da vielleicht mal restaurieren zu lassen. Da werde ich mich mal demnächst erkundigen, ob so etwas im finanziellen Rahmen von mir liegt, um das machen zu können. Es wäre ja schön, wenn das Buch für die Nachwelt auch noch erhalten bliebe und wenn das Buch dadurch, dass es restauriert wäre, vielleicht leichter für mich selber mal zu lesen wäre, dass ich nicht immer nur das PDF hier nehmen muss. Dann mache ich halt mal ein anderes Video, so wie ihr das auch kennt, eine vorher eingesprochene Audioaufnahme und dann nachher mit Bildern versehen. Das kann man ja auch mal machen. Aber auf jeden Fall hier nochmal herzlichen Dank an Kerstin und Helmut für die Unterstützung, für die ganzen tollen Dinge, die sie mir gesendet haben. Die Schlachterbibel 2000, die King James Bibel, Luther Bibel 2009 und 1534 in einem Schubverband, in einem Schuber, so ganz, ganz toll, auch nicht ganz billig. Dafür nochmal herzlichen Dank. Also auch den Katechismus von Luther, wo ich letztens reingeschaut habe, wo ich jetzt im Augenblick die schmalkaldischen Artikel lese. Das wird auch eines der nächsten Videos von mir sein, mit denen ich mich beschäftige. Also hier nochmal eben mein Dank an Kerstin und Helmut, bevor wir jetzt losfahren oder weiterfahren in der Buchlesung von Theodor Griesinger. Und ich möchte nochmal kurz zurückgehen auf das Zitat, das ich vorgelesen hatte, das ja aus der Sorbonne kam, um uns wieder in die richtige Stimmung zu bringen. Dieses Zitat ist dafür, finde ich, ziemlich angemessen, um einen in die richtige Stimmung zu bringen bei so einem Lesen. Und ich möchte da halt, ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Zitat. Deswegen möchte ich auch, dass ihr dann nochmal gut zuhört, obwohl ich jetzt dieses Mal, weil ich das letztes Mal schon bereits getan habe, keine Kommentare dazu gebe. Aber man sollte sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was die Sorbonne, die große Pariser Universität, 14 Jahre nach Aufrichtung des Jesuitenordens über die Jesuiten geschrieben hat. Wir lesen. Diese Gesellschaft, welche sich ohne irgendein Recht dazu zu haben, den Namen Jesu anmaßt, welche ohne Unterschied strafbare, ehrlose und infame Leute aufnimmt, deren Mitglieder in keinem Stücke, weder in Gebräuchen, noch im Gottesdienste, noch in der Lebensweise und Kleidung, wie doch Mönche sonst tun, sich von den Weltpriestern unterscheiden. Diese Gesellschaft, welcher im Predigt und Lehramte, sowie in Beziehung auf die Austeilung der Sakramente im geraden Widerspruch mit den Rechten der Bischöfe und Ordinariate, im Widerspruch mit der ganzen bisherigen hierarchischen Ordnung und zum größten Nachteil sowohl der übrigen Orden als der Fürsten und weltlichen Herren, sowie auch zur Beeinträchtigung der Universitätsfreiheiten und zur großen Beschwerde des Volkes, so viele und unterschiedliche Privilegien, Indulten und Freiheiten von Seiten des päpstlichen Stuhles erteilt worden sind, diese Gesellschaft schändet den ganzen übrigen Mönchstand, entkräftet die mühsame und fromme Übung der Jugend in der einsamen Zelle, veranlasst die Mitglieder anderer Orden, ihr Gelübde zu entheiligen, entzieht die Gläubigen dem Gehorsam und der Unterwerfung, welche sie ihren rechtmäßigen Seelsorgern schuldig sind, beraubt geistliche wie weltliche Obrigkeiten ihrer Rechte und verursacht in beiden Ständen Unruhen, sowie bei dem Volke viele Beschwerden, Streitigkeiten, Spaltungen und eine Menge von anderen Unordnungen. Ja, wenn man mit einem Worte alles zusammennehmen will, so scheint diese Gesellschaft zur Gefährdung des Glaubens, zur Störung des Kirchenfriedens, zur Untergrabung der Mönchszucht und überhaupt mehr zum Niederreißen als zum Aufbauen bestimmt zu sein. Ein sehr kräftiges Zitat, was wir hier von der Sorbonne lesen, vom 1. Dezember 1554 und ich bin immer wieder, wenn ich diesen Satz lese, beeindruckt davon, wie man es schafft, über fast eine ganze Diener-Vier-Seite einen einzigen Satz zu schreiben. Ich denke, es sind sehr wenig Menschen heutzutage in der Lage, dasselbige zu tun. Ja, die haben ja schon Probleme mit einem Satz. Mit einem kurzen Satz, ja. Wobei ich dich nicht unterbrechen wollte, aber ich glaube, das heißt fromme Übung der Tugend. Bin da nicht ganz sicher, aber tugendhaft sind die sicherlich nicht. Das will ich mir jetzt gar nicht widersprechen. Ich habe Jugend gelesen und ich denke, dass Tugend und Jugend im Grunde beides passt, aber ich nehme an, dass du recht hast, dass das wohl Tugend heißt, ja. Richtig. Gut, dann fahren wir jetzt fort, also unten auf der Seite 233 in den PDF für diejenigen, die mitlesen möchten. Also lautete das hochberühmte Urteil der Theologischen Fakultät zu Paris und infolgedessen weigerte sich das Parlament unbedingt vom Patentbrief des Königs Folge zu geben. Jetzt muss ich das hier ein bisschen verschieben. Das ist abgeschnitten hier. Wie heißt das denn hier? Gustav. Das ist wahrscheinlich ein Name hier. Eustach. Das ist ein E. Das ist ein E. Von Eustace im Englischen. Eustach. Eustace du Belan aber. Paris und Frankreich für immer den Rücken kehren. Das wäre schön, wenn sie das getan hätten. Aber, aber. Dies taten sie aber keineswegs. Nein, nein, nein. Sondern sie wussten vielmehr, die Hintertüre zu finden. Ihr Haus nämlich in der Straße Saint-Jacques zu Paris schlossen sie allerdings zu, nur einige wenige aus ihrer Mitte zu seiner Verwaltung zurücklassend. Sie selbst aber zogen in Korpore, wie man zu sagen pflegt, also körperlich, ja, physisch, nach dem Namen Saint-Germain-de-Presse, einer großartigen von dem Bischof zu Paris unabhängigen Abtei, wo man sie mit Freuden aufnahm und ihnen eine eigene Kapelle anwies, um darin den Gottesdienst zu halten und andere priesterliche Verrichtungen vorzunehmen. Zu gleicher Zeit ließ sich auch ihr alter Freund, der oben erwähnte Willem du Prat, Bischof von Clermont, zu einer weiteren Gefälligkeit herbei und schenkte ihnen neben 40.000 Thalern, das ist eine ganze Menge, bares Geld, ein großes Besitztum in dem Städtchen Bilan, damit sie daraus ein Kollegium machten. Somit blieben sie in Frankreich und hatten jetzt sogar ein Besitztum da selbst. Allein eingestehen mussten sie sich doch, dass diese Errungenschaft gegenüber von den Errungenschaften in den anderen romanischen Ländern eigentlich gleich Null sei. Überdies fand nicht das öffentlich ausgesprochene Urteil der Sorbonne einen Wiederhall im ganzen gebildeten Europa und war der ihnen hieraus erwachsene Schaden nicht ein viel größerer, als man für den Augenblick nur berechnen konnte. Doch kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat füge ich gerne hinzu, weil Attentäter sind die Jesuiten bis auf ihre Knochen. Kommt Zeit, kommt Rat ist ein altes Sprichwort und an dieses hielten sich die Jesuiten. Wie bekannt verbreitete sich in jener Zeit der Protestantismus, aber eigentlich Calvinismus in Frankreich mit reißender Schnelligkeit und wenn es noch so lange fortging, so mussten die Huguenotten, so nannte man in Frankreich die Anhänger der Reformation, notwendig die Übermacht gewinnen. Solches der katholischen Kirche drohende Missgeschick mussten die frommen Väter aufs trefflichste für sich auszubeuten, indem sie aller Orten, besonders am Hofe, unter der Hand durch ihre Agenten ausstreuten, dass zur Bekämpfung der verhassten Ketzerei niemand geschickter wäre, als die Mitglieder der Gesellschaft Jesu. Und mit dem ausnehmendsten Gefolge tat dies vor allem der Pater Pontius Congordain, der in weltlicher Kleidung überall herumreiste. Viele Franzosen fingen daher an, den Orden mit freundlicheren Blicken zu betrachten und nach und nach schwand wenigstens bei den gutväterlich Gesinnten der schlimme Eindruck, den das Dekret der Sorbonne gemacht hatte. Nun trat mit anno 1559 ein neuer günstiger Umstand für sie ein, denn in demselbigen Jahre kam nach dem Tode Heinrichs II. dessen Erstgeborener an Maria Stuart verheirateter Sohn Franz II. an die Regierung und nun wurden die Ohrheime der Königin, die lothringischen Prinzen von Guise, allmächtig am Hofe. Und hier gehen wir mal kurz in eine kleine Fußnote rein, in der wir lesen, das Haus Guise, ein Nebenzweig des Hauses Lothringen, wurde allauf 1527 durch Claude, einen jüngeren Sohne des Herzogs René von Lothringen, gestiftet, indem er die Herrschaft Guise erheiratete. Claude hinterließ sechs Söhne, worunter die berühmtesten Franz von Guise und Charles, Erzbischof von Reims und Kardinal, gewöhnlich nur Kardinal von Lothringen genannt, sowie fünf Töchter, deren Älteste Maria, den König Jakob II. von Schottland heiratete und der unglücklichen Maria Stuart das Leben gab. Interessante geschichtliche Fußnote dabei. Sie aber, den Kardinal von Lothringen an der Spitze, bewogen den schwachen König zur Ausfertigung von neuen Patentbriefen für die Jesuiten und drangen darauf, gestützt mit aller Macht in das Parlament, nun endlich einmal die Registrierung der königlichen Befehle vorzunehmen. Doch merkwürdig, der Gerichtshof blieb halsstarrig, trotzdem er sehr gut katholisch gesinnt war und diese seine Gesinnung durch viele damals über die hugenottischen Ketzer verhängten Bluturteile hinlänglich bestätigte. Er musste aber auch halsstarrig bleiben, wenn es ihm darum zu tun war, die Freiheiten der gallikanischen Kirche und die Unabhängigkeit der Landesregierung in allen weltlichen Dingen zu retten, denn die Söhne Loyolas setzten die Papstmacht über die Kirchenversammlungen sowie über die Fürsten, Könige und Kaiser und ihr einziges Dichten und Trachten ging, wie wir wissen, nach einer römisch-jesuitischen Universal-Despotie. Hier nochmal kurz ein Kommentar von mir für diejenigen, die das nicht mehr wissen aus den vorherigen Lesungen. Da hatte ich bereits schon mal erzählt von der gallikanischen Kirche. Viele wissen gar nicht, was die gallikanische Kirche eigentlich ist. Das kann man am besten damit vergleichen, wenn man sich in die Geschichte Amerikas, also der Vereinigten Staaten von Amerika und deren Gründung mit informiert. In Amerika oder in den Vereinigten Staaten von Amerika hatten wir dasselbe Phänomen. Es war nicht die römisch-katholische Kirche, die in Amerika gegründet wurde, sondern es war eine amerikanische-katholische Kirche. Bischof John Carroll, der 26 Jahre Jesuitentraining hatte und der der erste Bischof von der ersten bischöflichen Diözese in Amerika wurde, nämlich Baltimore in 1808, hat damals in einem persönlichen Briefwechsel mit dem Papst ganz deutlich erklärt und ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, du Papst musst dich zurückhalten, wir können hier in Amerika eine katholische Kirche haben, aber wir können nicht eine römisch-katholische Kirche aufbauen, sonst werden wir niemals den gesäten Samen hier später ernten können. Wir werden von der Übermacht der Protestanten erdrückt werden. Wir leben hier in feindlichem Gebiet als Katholiken. Es ging darum, um eben öffentlich die spirituelle Führung des Papstes vielleicht anzuerkennen, aber nicht die weltliche Führung des Papstes anzuerkennen. Und das ist natürlich für den Papst eine unmögliche Sache, wie wir wissen aus der Bulle Unam Sanctam, in der Papst Bonifatz VIII. 1302 erklärte, dass es unerlässlich für die Seligwerdung einer jeden menschlichen Kreatur ist, um Subjekt des römischen Pontiffs zu sein. Also die weltliche und die spirituelle Macht des Papstes muss anerkannt werden. Aber in Amerika, sagten sie damals, das können wir hier nicht machen. Wir sind nämlich mal knapp ein Prozent der Bevölkerung und wir würden hier vernichtet werden, wenn wir anfangen, ultramontane Denkweisen hier zu verbreiten. Und der Papst war damit einverstanden. Und deswegen hat die katholische Kirche in Amerika immer einen anderen Stellenwert gehabt als alle anderen. Was hat das ja mit der gallikanischen Kirche zu tun? Weil Gallien, kennt ihr ja auch, weil Asterix und Obrichs gelesen hat, der weiß ja, dass Gallien, das was wir heute Frankreich nennen, ist, die gallikanische Kirche hat dasselbe. Die hat nämlich niemals, zumindest nicht offiziell und gerne den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes in weltlicher Hinsicht akzeptiert. Frankreich war immer ein Sonderfall. Deswegen waren ja auch viele Kriege zwischen Deutschland und Frankreich durch die Jahrhunderte hin der Fall. In Deutschland saß der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Und in Frankreich saß auch immer ein König oder ein Kaiser, der aber eben sich selber auch zum Oberhaupt gemacht hat und eben nicht den Ultramontanismus des Papsttums erkannt hat. Damit ist die gallikanische Kirche zu vergleichen mit dem, was wir von der römisch-katholischen Kirche oder der amerikanisch-römischen, der amerikanisch-katholischen Kirche kennen. Das nochmal eben zur Verdeutlichung, dass wir das eben verstehen. Die gallikanische Kirche hat also den absoluten Souveränitäts- und Führungsanspruch des Papstes als sowohl weltliches als auch spirituelles Oberhaupt nicht anerkannt und hatte von daher immer eine Sonderstellung in der Kirchengeschichte. Das nochmal eben für diejenigen, die das bis jetzt noch nicht wussten, eben mal wiederholt. Dass wir hier verstehen, wenn ich hier lese, die Freiheiten der gallikanischen Kirche und die Unabhängigkeit der Landesregierung in allen weltlichen Dingen zu retten. Normalerweise kann das ja nicht. Ich kann ja mit der weltlichen Regierung, über die wir hier ja sprechen, was ist eine Landesregierung sonst? Eine weltliche Regierung? In weltlichen Dingen die Unabhängigkeit zu retten, kann ich ja nicht haben, wenn ich 100% unter römischem Katholizismus falle. Dann hat nämlich der Papst diesen Führungsanspruch. Deswegen die zwei Schlüssel in der Vatikanenflagge. Ja, das würde ich auch gerade sagen. Der Silberne für die weltliche Macht und der Goldene für die spirituelle, die geistliche Macht. Und deswegen müssen wir uns davon bewusst sein, dass Frankreich schon immer eine besondere Stellung hatte. Das ist übrigens auch in der Hinsicht vielleicht interessant, sich eben nochmal darauf einzulassen. Warum hat die französische Revolution ausgerechnet in Frankreich stattgefunden? Eben aus diesem Grunde, das war eine Rache der Illuminaten, die ja nichts anderes sind als die Jesuiten, die sich dahinter versteckt haben, an dem französischen Volk. Weil sie eben niemals den ultramontanen Führungsanspruch des Papstes akzeptiert hatten. Wie er ja im Konzil von Trient später auch festgelegt wurde. Da sind wir jetzt hier noch nicht, weil wir sind ja geschichtlich gerade eben mal in 1550er Jahren. Da lief das Konzil von Trient zwar, aber da sind ja noch die Beschlüsse noch gar nicht da. Das ging ja bis 1563. Also von daher nochmal eben ganz deutlich machen. In Frankreich gab es eine Regierung, die weltliche Macht hatte. Und zwar Macht, die außerhalb des Machtbereichs des Papstes lag. Und das ist sehr, sehr wichtig zum Verständnis hier. Wie geht es dir, Michael? Hast du das auch in dem Umfang schon gewusst? Oder war das auch neu für dich? Da ich ja deine anderen Beiträge ja auch verfolgt habe, habe ich da schon so einen Teil von gewusst. Allerdings musste ich eben bei Asterix schmunzeln. Denn Asterix hat ja den berühmtesten Ausspruch überhaupt gemacht. Die spinnen, die Römer. Und demzufolge denke ich, dass die Franzosen ja immer ein sehr eigenständiges Volk gewesen sind. Und aufgrund ihrer Geschichte mit den Valdensern zum Beispiel, die ja da auch ihre Erfahrungen mit der römisch-katholischen Kirche gemacht haben. Und vielleicht auch aus dem Grunde geschichtlich halt den Hintergrund hatten, dass sie sagen, wir wollen uns da von diesen Leuten dann komplett abgrenzen. Deswegen, ich glaube, dass die da gegenüber Spanien zum Beispiel einen wesentlich schwereren Stand hatten in Frankreich. Das ist richtig. Und was ich vor allen Dingen interessant dabei finde, bei dieser Denkweise, bei dem Verständnis, ist natürlich auch, dass wir ein besseres Verständnis dafür haben, woher diese heutzutage, sage ich mal, angedichtete Feindschaft kommt zwischen Deutschen und Franzosen. Warum ist Frankreich in Deutschland oftmals als der Erzfeind angesehen gewesen? Das kommt eben daher, weil in Deutschland der Kaiser des Römischen Reiches saß und in Frankreich einer saß, der eben nicht die komplette Autorität des Papstes akzeptiert hat, wie der Deutsche das schon hat. Und das hat immer wieder zu Konflikten geführt. Und deswegen spricht man von diesem Erzfeind Frankreich. Wenn man dann noch den Kaisersitz in Karl der Große in Aachen, glaube ich, war das, wenn man den dann auch noch so nah, grenznah sieht zu Frankreich, dass also da die Besitz- und Gebietsansprüche über die ganze Zeit immer gewechselt haben mit Elsass-Lothringen und so, dann wird da, glaube ich, schon sehr deutlich, dass den Menschen in diesen Gebieten eine ganze Menge Unrecht angetan worden ist. Wenn ich heutzutage sehe, wie viele deutsche Namen in Frankreich da noch geläufig sind, dass man die in Deutschland hätte einordnen wollen, wenn man nicht die Adresse hätte, dass da ein F vorstünde als Länderkennzeichen, würde man sagen, na gut, das ist deutsches Gebiet, weil der Mann heißt einfach Alphons Hoffmann beispielsweise, lebt aber in Frankreich. Und durch diese ganzen Verschiebungen, durch diesen deutsch-französischen Kriege, die da stattgefunden haben, tun mir gerade speziell die Leute in diesen Grenzgebieten irgendwo leid, weil die immer zwischen Baum und Borke irgendwie eingeklemmt waren. Das ist richtig, ja. Im Englischen sagt man so schön between a rock and a hard place. Ja, das ist ganz richtig. Aber ich denke, es gibt viele Leute, auch viele von unseren Zuschauern hier, die dieses Video schauen, die gar nicht begreifen, warum Frankreich eben so immer der Erzfeind war. Und meines Erachtens liegt die Erklärung darin, dass natürlich dadurch, dass Deutschland der Sitz des Kaisers des Römischen Reiches war und der natürlich absolut das getan hat, der war dem Papst ja absolut hörig, bis auf, nehmen wir jetzt mal Heinrich IV. aus, der den Gang nach Granossa. Gang nach Granossa, ja. Das war ja im 10. Jahrhundert, glaube ich. Da habe ich auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit. Aber ansonsten waren die dem Papst ja immer sehr, sehr hörig und mussten dann natürlich auch dafür sorgen, dass eben auch die anderen Könige das sind. Weil es steht ja geschrieben in Offenbarung 17, dass die Könige der Erde dem Unzucht trieben mit der Hure aus Rom, ja. Mit der babylonischen Hure. Das steht so in der Offenbarung. Und es steht deswegen so in der Offenbarung, eben weil es absolut wahr ist. Und die Franzosen hatten sich da halt immer ein bisschen, ein wenig gegen gewehrt, ja. Es heißt hier, Offenbarung 17, Vers 1 und 2. Und das bestätigt sich eben immer wieder, wenn es Könige gibt, die dieser Politik abfällig werden, dann müssen diese zurechtgewiesen werden. Da die galikanische Kirche sich halt da nicht so unterworfen hat, wie es hätte sein sollen, wurde da halt öfter Krieg gemacht. Und daher kommt diese, ich sag mal, angedichtete Ernstfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen. Die hauptsächlich natürlich über die Regierungen geht und nicht über die Leute selber. Aber wie du selbst richtig sagst, Michael, natürlich die Leute, die dazwischen gesessen haben, zwischen den Fronten, wie man so schön sagen kann, die haben natürlich am meisten darunter gelitten. Ja, du wolltest noch einen Kommentar geben? Ja, wenn man sich die verschiedenen, ja, einfach die Verschiedenheit der Länder auch anschaut, die Verschiedenheit der, ich komme jetzt gerade auf dieses Wort nicht, des Temperaments und der ganzen Landesart anschaut, ist es auch für mich kaum vorstellbar, dass anstelle von Napoleons General, der den Papst da abgesetzt oder entmachtet hat, das ein Deutscher getan hätte. dafür waren oder sind die Deutschen vermutlich dann auch zu autoritätsgläubig. Naja, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ging das natürlich darum eigentlich nur, das war eigentlich nur ein Machtbezeugnis der Jesuiten gegenüber dem Papst, die Napoleon als 33 Grad Freimaurer natürlich in der Tasche hatten. Also davon mal abgesehen. Und außerdem hat Napoleon noch andere Dinge gemacht nach dem Motto, er hat sich ja auch selbst gekrönt, weil er eben nicht die Autorität des Papstes akzeptiert hat. Er hat sich ja selbst die Krone aufgesetzt, anstatt die Krone vom Papst aufgesetzt zu bekommen. Der Punkt, den Napoleon da machen wollte, war, wenn ich mir selbst die Krone aufsetze, kann ich sie mir selber wegnehmen. Wenn du sie mir aufsetzt, kannst du sie mir wegnehmen. Dann bin ich dir aber unterschickt und also untergestellt und das akzeptiere ich nicht. Über Napoleon kann man, glaube ich, eine ganz eigene Sendung mal machen, aber ist schon ganz richtig, der Punkt, den du anführst. Aber meines Erachtens haben sie hauptsächlich deswegen Napoleon ausgewählt, weil eben, wie ich das eben gerade schon angeholt hatte, Napoleon eine Figur der Jesuiten war oder zu der Zeit der Illuminaten, weil als Napoleon hochkam aus Korsika, ich weiß nicht, ob du die Vorgeschichte kennst, ich hatte ja früher in diesem Buch ja auch schon mal drüber gesprochen oder in anderen Videos drüber gesprochen und die Jesuiten, als die damals verboten wurden in 1773 und davor, da landeten sie ja in Italien an und da hat man sie nicht aufgenommen und da sind sie ausgewichen nach Korsika. Nur da hatten sie dann Platz gefunden, das waren hunderte von Jesuiten, die aus Portugal, Spanien und so weiter ausgewiesen wurden, die irgendwo ja landen mussten und in Italien hat man sie nicht ans Land gehen lassen. Dann sind sie nach Korsika gegangen und komischerweise kam dann ein paar Jahre später aus Korsika Napoleon, weil der ist geborener Korse. So hängt das alles irgendwie schon ein bisschen zusammen. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch nicht zu weit abschweifen, aber ich fand diesen kleinen Ausflug in die gallikanische Geschichte eben mal interessant, um dabei zu machen. Man muss sich halt dieser kleinen Dinge immer bewusst sein. Und die Leute, die es das nicht sind, dafür dann nochmal eben diese kleine Erklärung dafür. Wenn jemand meint, das ist keine korrekte Erklärung und er hätte eine andere dafür, dann höre ich es gerne. Könnt ihr mir gerne in Kommentaren schreiben oder ihr könnt mich über Skype anrufen und mir erzählen, was ihr davon haltet und wo ich vielleicht einen Fehler mache, weil ich habe ja nun auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Ich kann das auch nur aus meinem Geschichtsverständnis heraus erzählen, was ich hier sage, ausgrund dessen die ganzen Bücher, die ich hier lese. Deswegen fahre ich jetzt auch eben fort. Oder hast du noch eine Bemerkung dazu, Michael? Nein, du darfst gerne weiterlesen. Schön, dann nehme ich das Angebot an und lese weiter hier, Franz II. erlangte also die gesetzliche Zulassung der Jesuiten ebenso wenig als Heinrich II. Und nicht anders schien es, als er anno 1560 schnell starb, unter seinem Nachfolger Karl IX., über welchen die Mutter, Katharina von Medici, die Vormundschaft führte, werden zu wollen. Tja, Katharina von Medici, die eine ganz wichtige Rolle zwölf Jahre später spielte, 1572, als das St. Bartholomeus-Massaker stattgefunden hat. Zwar allerdings zeigte auch sie sich von Anfang an ungemein für die frommen Väter eingenommen und einzelne Schriftsteller behaupten sogar, dass sie insgeheim den Pater Guillaume Petit zu ihrem Beichtvater erkoren gehabt habe. Allerdings ging auch sie in zwei scharfen Schreiben den Parlamente zu Leib und forderte von demselben, dass es doch endlich seinen Starrsinn gegen die Väter Jesu aufgeben solle. Allerdings scheute sie sich nicht, öffentlich zu erklären, Zitat, man müsse sich beeilen, die Jesuiten in dem Königreich aufzunehmen, denn sonst könnten dieselben über so viele Zögerungen und einen so hartnäckigen Widerstand in eine böse Laune versetzt, am Ende vielleicht gar bewogen werden, Frankreich zum großen Nachteile der Religion und des gemeinen Wesens aus freien Stücken wieder zu verlassen. Ende Zitat Allein das Parlament blieb hartnäckig auf seiner Weigerung und das Einzige, wozu es endlich gebracht werden konnte, war die Erklärung, dass die Kirchenversammlung, welche die Königin-Regentin im Begriffe sei, nach Poissy zusammenzurufen, über die Aufnahme oder Richtaufnahme der Sozietät Jesu entscheiden solle. Aufnahme oder Nichtaufnahme, ja, was reihe, nicht Aufnahme der Sozietät Jesu entscheiden solle. Besagte Kirchenversammlung oder besser gesagt besagtes Religionsgespräch zwischen Hugenotten und Katholiken war in der Tat damals eine beschlossene Tatsache und man wollte damit, wie man sich zum Voraus denken kann, den Versuch machen, ob sich nicht zwischen den beiden Religionsparteien, in welche sich Frankreich spaltete, eine friedliche Einigung herstellen ließe. Denn so viel ließ sich jetzt schon voraussehen, dass es ohne eine solche Einigung notwendig zum Bürgerkriege kommen müsse. Antichristpapst Pius IV. versuchte es auf alle Weise, die Versammlung zu hintertreiben, denn der Stuhl zu Rom war ein geschworener Feind aller solcher Vermittlungsversuche, durch welche die Folge der geschickten Angriffe der Protestanten seien und der römischen Kirche ansehen, immer noch litt, immer Not litt, Entschuldigung, allein umsonst. Die katholischen Prälaten, sechs Kardinäle, 40 Bischöfe, nebst 26 Doktoren der Theologie, folgten der Einladung der Regenten und stellten sich zu Anfang des Jahres 1561 in Poissy, wo das Gespräch stattfinden sollte, ein. Zu gleicher Zeit erschienen auch 13 hugenottische Geistliche, den berühmten Theodor Beser nebst dem scharfsinnigen Petrus Martyr an der Spitze und an einer Menge von vornehmen weltlichen Herren, welche dem Konvent beiwohnen wollten, fehlte es ohnehin nicht. Sofort begann unter dem Vorsitz des Kardinals von Tournon die Disputation und die katholischen Prälaten, der Kardinal von Lothringen allen voran, gaben sich alle erdenkliche Mühe, die hugenottischen Prediger zu ihrer Ansicht zu bekehren. Doch der Antichrist hatte Recht gehabt, das heißt, es kam gerade umgekehrt und die beiden gefeierten Führer der Huguenotten, Beser und Martyr, gewannen täglich neuen Anhang durch ihre Gedankenschärfe und ihre hinreißende Beretsamkeit. Durch ihre hinreißende Beretsamkeit. Nun, da muss ich mal eben zufügen, was ist denn diese hinreißende Beretsamkeit, die die zwei Huguenotten hier an den Tag legen konnten. Die Huguenotten waren ein bibeltreues Volk im Süden von Frankreich. Bibeltreu und sie haben hier der Versammlung, allen voran dem Kardinal von Lothringen, nichts anderes getan, als denen die Bibel in die Hand zu halten und zu sagen, dies ist die Wahrheit. Und eure Lügen haben keinen Bestand gegen diese Wahrheit. Das ist die wahre Gedankenschärfe und Geistesschärfe und Beretsamkeit von Besa und Martyr. Das muss einmal so deutlich gesagt werden. Selbst der Teufel nimmt die Füße in die Hand und läuft, wenn ihr ihm die Bibel ins Gesicht haltet. Da kann er nichts gegen machen. Da steht er machtlos gegen die Bibel. Und in dem Falle ist das hier ganz genauso. Und diese wunderbaren Huguenotten haben ihre Kraft gezogen aus der Bibel und haben ihre Argumente und ihre Gedankenschärfe aus dem Wort Gottes gezogen. Und gegen das Wort Gottes kann keiner bestehen. Wenn also dem Ansehen des römischen Katholizismus und besonders des Papsttums nicht eine tiefe unheilbare Wunde geschlagen werden sollte, so musste schleunigst Abhilfe getroffen werden. Und darum sandte Antichrist Pius IV. sofort einen eigenen Legaten, den Fürsten Hyppolyt. Lese ich das jetzt mal. Ja. Hyppolyt von Este, Kardinal von Ferrara, nach Poissy ab, um für den römischen Stuhl und seine Rechte einzutreten. Als Begleiter aber gab er dem Legaten den Pater Laines, den damaligen General der Jesuiten mit. Denn diesen als den besten Dialektiker unter den damals Lebenden hielt er allein für befähigt die gründlichen Hiebe der hugenottischen Fechter mit meisterhaften Schlangen Wendungen der Rede zu parieren. In der Tat rechtfertigte auch der General die hohe Meinung, welche der Antichrist von ihm hatte. Vollkommen und seiner großen Wortschärfe allein verdankte es die katholische Partei, dass sie nicht nur nicht unterlag, sondern dass sie vielmehr als das Kollegium im Herbste wegen seiner Nutzlosigkeit abgebrochen wurde, mit eben demselben Rechte, wie die Huguenotten sich den Sieg zuschreiben konnte. Leines war also unter den Katholiken zu Poissy der gefeierte Held des Tages und selbstverständlich hatte ein so hoch gepriesener Mann auch Ansprüche auf Dankbarkeit zu machen. Darum, wie er nun durch die Patres Brut und Pontius bei den Konvente zu Poissy die sorgfältig ausgearbeitete Eingabe der Sozietät Jesu um gesetzliche Zulassung derselben in Frankreich einreichte unterstützten dieses Gesuch nicht bloß die römisch gesinnten Prälaten wie der Kardinal von Lothring und seine Freunde sondern es stimmte vielmehr die ganze Versammlung bei natürlich ohne die Protestanten die bereits ihre Wege gegangen waren bei und das betreffende Dekret wurde sofort am 15. September 1561 ausgefertigt Doch eigentümlich die Zulassung geschah nicht unbedingt so wie in Spanien Portugal und Italien vielmehr machten die Herren Prelaten allerlei Klauseln und Reservationen um die Freiheiten der gallikalischen Kirche zu wahren deswegen bin ich da gerade noch mal deutlich darauf eingegangen was das ist und über dem wurden die zugunsten der Jesuiten erlassenen päpstlichen Bullen der schärfsten Beschnipfelung unterworfen also Beschnipselung Beschnipselung also Beschneidung unterworfen vor allem müssen die Söhne Loyolas so lauteten die Aufnahmebedingungen den Namen Jesuiten oder Gesellschaft Jesu ablegen denn sie sind dazu nicht mehr berechtigt als jedes andere Christenkind auch ferner haben sie darauf zu verzichten sich einen religiösen Orden zu nennen wie die Benediktiner die Augustiner die Dominikaner und so weiter und so weiter sondern sie haben bloß die Rechte einer Sozietät oder Gesellschaft deren Statuten sich nach den bestehenden Gesetzen richten müssen weiter versprechen sie sich unter die Gerichtsbarkeit der Diözese Bischöfe zu stellen und letzteren kommt es zu jedes strafbare Mitglied der Sozietät mit den üblichen Zensuren zu belegen Überhaupt sollen sie weder in geistlichen noch in weltlichen Dingen je etwas zum Nachteil der Bischöfe Stifter Pfarrer Universitäten oder geistlichen Orden unternehmen und die päpstlichen Bullen welche sie hiervon exzimieren haben keine Geltung Schließlich erklären sie sich damit einverstanden dass die gegenwärtige Aufnahme Bewilligung sogleich außer Kraft tritt sobald sie irgendeinmal die ihnen gestellten Bedingungen übertreten oder sich vom päpstlichen Stuhle andere Privilegien verschaffen die mit dem oben Gesagten in Widerspruch stehen und so und nicht anders darf dieser heute mit ihnen abgeschlossene Vertrag verstanden werden Ende des Zitats Das waren die Bedingungen und da gehen wir gleich noch weiter drauf ein Ich möchte nur kurz eine andere Geschichte hierbei erzählen Hier geht es also um ein Dekret vom 15. September 1561 11 Jahre später am 15. August 1572 fand das Massaker von St. Bartholomäus statt wo auch die bereits hier aufgetretene Katharina de Medici ein Teil von war Bei einer Hochzeit des Königs von Frankreich mit einer Katholiken wurde nachts auf einmal die Glocken geläutet und das war ein vorher abgesprochenes Zeichen für alle Katholiken in Frankreich und auch die dortigen Jesuiten um die zur Hochzeit eingeladenen Huguenotten zu ermorden In der St. Bartholomäus Nacht sind überliefert rund 50.000 bis 70.000 Menschen gestorben nur in der einen Nacht Warum ist das so wichtig zu verstehen Wir hatten gerade eben vor dieser Versammlung gelesen eine Versammlung in der die Katholiken zusammen die Huguenotten eingeladen hatten die Protestanten von Frankreich damals mit der Absicht um in dem Land Frieden zu schaffen um dafür zu sorgen auch einen geistlichen Frieden zu schaffen und die Huguenotten haben wir gelernt haben so gute Argumente gehabt dass lediglich der General der Jesuiten in der Lage war denen überhaupt irgendwie Pari zu bieten sonst keiner aber auch der General der Jesuiten hat es nicht geschafft die Huguenotten von ihrer Meinung abzubringen also von der Wahrheit der Bibel runter zu bringen deswegen ging diese Verhandlung Pari aus zogen wieder ab die Katholiken wehnten sich als Sieger haben als Dankeschön deswegen die Jesuiten zugelassen unter den Bedingungen die wir gerade eben gelesen haben aber die Jesuiten sind mehr oder weniger als Sieger hervorgegangen nur zwischen Katholiken und Hugenotten oder Katholiken und Protestanten gab es keinen Frieden mit Verhandlungen haben sie es nicht auch früher in der Geschichte ja schon öfter passiert ist wenn ich meinen Feind nicht mit Verhandlungen überwinden kann oder am Verhandlungstisch überzeugen kann meine Überzeugung anzunehmen dann muss ich ihn halt vernichten und mit dem Sankt Bartholomäus Massaker haben sie genau das getan 50.000 bis 70.000 Menschen in der einen Nacht und das ganze Massaker hat noch Wochen angedauert das Blut der Sähne also das Wasser der Sähne war rot wenn du da in die Sähne eine Angel gehangen hast dann konntest eine Laiche rausfischen aber keinen Fisch das war absolut grauenvoll interessant ist dann nun dass ein paar Jahre später ein anderer König in Frankreich an die Macht kam und der hat den Hugenotten eine Freiheit zuerkannt eine Religionsfreiheit zuerkannt dass sie ihre Religion also das Wort der Bibel ungehindert ausüben durften das nennt man das Edikt knapp etwas über 100 Jahre später 1685 wenn ich mich jetzt nicht gerade irre von König Ludwig XIV der uns allen ja nur bekannt ist als der Sonnenkönig als ob das kein babylonischer Titel wäre bekannt ist von dem wurde das zurückgezogen weil er unter dem Einfluss seines Beichtvaters Per de la chaise stand ich wollte nur eben gerade das mal vorweg nehmen wir hatten die Verhandlung von der wir gerade gelesen hatten die Verhandlung hat zu keinem Resultat geführt die Hugenotten zogen wieder ab unverrichteter Dinge und die Katholiken haben den Preis gewonnen dass sie sich jetzt die Jesuiten in ihr Haus geholt haben um es mal so eben damit zu sagen das war am 15 September 1561 ausgefertigt worden hast du da vielleicht eine Bemerkung zu Michael oder ich höre gespannt zu und lerne Das waren die Bedingungen fährt der Autor fort welche der Konvent von Poissy an die Zulassung der Jesuiten in Frankreich knüpfte und man sieht hieraus mit welch großen Misstrauen selbst die ultrakatholisch gesinnten französischen Prälaten den Orden betrachteten allein man hätte den frommen Vätern die Sozietät Jesu selbst noch schwerere Auflagen machen dürfen sie wären sie doch eingegangen es handelt sich ja jetzt nur darum festen Fuß in Frankreich zu fassen und sich da selbst mächtig zu machen hatte man aber einmal diese Absicht erreicht was war dann leichter als die Bedingungen zu brechen und sich an den eingegangenen Vertrag nicht mehr zu lehren oder zu halten wozu hat man denn meineide wenn man sie nicht schwört sagt jener Jude oh das ist eine gemeine Bemerkung von dem Griesinger hier einen Juden dafür anzuholen wozu hat man meineide wenn man sie nicht schwört sagt jener Jesuit würde ich mal eher hier sagen die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung trat schon bei der allernächsten Zeit in der allernächsten Zeit zu Tage kaum nämlich hatten die frommen Patris das Dekret ihrer gesetzlichen Zulassung in der Tasche so rissen sie ihr Haus in der Jakobstraße zu Paris ein um ein neues prächtiges palastartiges Kollegium dafür zu errichten und kaum stand dies herrliche Gebäude so setzten sie an die fronte desselben mit Frakturbuchstaben die Entschrift Kollegium der Gesellschaft vom Namen Jesu so taten sie obwohl sie vor erst zwei Jahren auf diesen Namen für Frankreich feierlich hatten Verzicht leisten müssen doch das war noch bei weitem nicht alles vielmehr beeilten sie sich nun in allen gut katholischen Städten des Landes wie zum Beispiel in Avignon in Rhodes in Morioc in Bordeaux Lyon Rouen Marseille Clermont De La Flèche Rennes Moulin und wie sie alle hießen ebenfalls Kollegien zu errichten und für alle diese Unterrichtsanstalten verlangten sie dieselben Rechte und Privilegien welche die Universitäten besaßen sie wollten um deutlicher zu sprechen so gut befähigt sein Magistris der Philosophie und Doktores der Theologie zu kreieren als die Sorbonne zu Paris und da man bei ihnen zwischen Anführungszeichen gratis studierte so hofften sie so viele Studiosen zu bekommen dass sie bald ganz Frankreich mit Priestern ihres Zuschnitts und ihrer religiösen Denkungsweise versorgen könnten Ja Michael das ist für dich jetzt neu dass man bei den Jesuiten gratis studieren kann das habe ich in den vorigen Teilen besprochen da ging es darum dass da eingesammelt werden sollte das ist ganz lustig musst du dir wirklich mal anhören und da hatte der Orden der Jesuiten gesagt ja ist gut sammelt ihr euer Geld ein und wir werden am Ende das drauflegen was ihr alle zusammen eingesammelt habt und werden das bezahlen und als es dann soweit kam haben die Jesuiten gesagt ja wir bezahlen überhaupt nichts weil wir stellen ja unsere Lehrämter unsere Professuren und so weiter alle gratis zur Verfügung wenn wir das jetzt mal aufrechnen was unsere ganzen Lehrämter kosten würden normalerweise dann bezahlen wir sogar mehr als die 8 Millionen oder was was ihr da zusammengetragen habt musst du dir mal anhören ist im letzten Teil gewesen im Teil 19 das ist echt ganz interessant da geht das hier ein bisschen drauf da geht das hier ein bisschen drauf zurück werde ich machen und dann haben wir ja auch den Bogen wahrscheinlich zu Ratio Studium im Jahre 1599 ja den haben wir sowieso gegen solche Anmaßung nun fährt der Auto fort erhob sich aber die Universität von Paris mit aller Kraft und mit ihr machten der Erzbischof von Paris die Prévots und der Bürgermeister der Stadt der Kardinal von Châtillon als Kurator der Sorbonne die sämtlichen Mönchsorden und alle weltgeistlichen gemeinschaftliche Sache trotzdem beharrten die Jesuiten vom Hofe und besonders von den Guisen begünstigt auf ihrer Forderung und da sie dieselbe vor das Parlament brachten so entstand nun ein Prozess der über zwei Jahrhunderte lang dauerte ohne je endgültig entschieden zu werden endgültig heißt das hier das finde ich auch mal hübsches Deutsch ohne das Ü als Umlaut endgültig entschieden zu werden ein Prozess zugleich durch welchen weil ihnen die Advokaten der Universität die bittersten Vorwürfe ungeschminkt ins Gesicht sagten das Ansehen der Sozietät mehr und mehr untergraben wurden na also diesen Satz sollte man sich doch mal eben auf der Zunge zergehen lassen weil ihnen die Advokaten der Universität die bittersten Vorwürfe ungeschminkt ins Gesicht sagten die Advokaten der Universität Michael die waren damals nicht politisch korrekt wie man das ja heute an allen Enden nur hört heute traut sich doch keiner mehr jemandem die Wahrheit oder die wirklich ernst gemeinten und bewiesenen Vorwürfe ungeschminkt ins Gesicht zu sagen das ist ja nicht politisch korrekt in unserer Gesellschaft in der wir heute leben ja aber da siehst du ja wie diese Ratio Studiorum und die über die ganzen Jahrhunderte ja auch funktioniert hat natürlich das ist überhaupt gar kein Zweifel das Ratio Studiorum ist vielleicht das Papier weil selber weiß ich von 1599 aber die Jesuiten haben von Anfang an ja ihren Anspruch darauf gestellt dass sie die Unterweiser sind in jedem Land wo sie arbeiteten wo sie tätig waren also das war ja sowieso vollständig diskussionsfrei da gab es gar keine Diskussion drüber das ist ja für mich auch immer total faszinierend zu sehen wie die heutige Jugend in Anführungsstrichen Sprüche rausklopft die jeder Vernunft sind ich erinnere nämlich beispielsweise einen Einspruch der da hieß oder heißt es gibt mehr als eine Wahrheit da braucht man glaube ich keinen Kommentar mehr abzuliefern wo das herkommt nein natürlich es gibt mehr als eine Wahrheit wenn man die Wahrheit bereit ist zu kompromittieren wenn man von den absoluten abrückt die Bibel ist ein Buch des absoluten weiß ist weiß und schwarz ist schwarz weiß ist Licht und gut schwarz ist dunkel und schlecht und böse aber in unserer Gesellschaft heutzutage und das ist natürlich hauptsächlich durch die ganzen Philosophen und solche Sachen reingekommen wie Nietzsche und Freud und Arthur Schopenhauer und wie sie alle heißen und auch Hegel mit seiner hegelischen Dialektik dadurch leben wir heute in Gesellschaften wo das absolute verdammt wird und jeder Kompromiss als Wahrheit erhoben wird es gibt ja dieses berühmte Buch Fifty Shades of Grey also die 50 Grautöne da jetzt nicht nur dass das von einer sexuellen Sache handelt davon mal ganz abgesehen übertrage ich diesen Titel immer gerne auf die Leute die eben dazu bereit sind solche Kompromisse zu machen und heutzutage wird Kompromisslosigkeit als negativer Fanatismus oder Fundamentalismus dargestellt wobei Fundamentalismus ja im Grunde nichts verkehrtes ist weil was will das Wort Fundamentalismus denn sagen dass man seine Meinung fundiert oder seinen Standpunkt fundiert und zwar auf einem Fundament aufbaut und die Bibel lehrt uns dass das einzige Fundament das überall Bestand hat der Felsen Jesus Christus ist auf diesen Felsen müssen wir diese Dinge bauen und das was ich lehre in meinen Lesungen und da stimmst du mir glaube ich mit zu das ist dass ich mich basiere auf dem wahren Wort dem bewahrten Wort Gottes wie ich es heute in Englisch in der 1611 König James Bibel finde oder zum Beispiel in der Schlacht der 2000ern fürs Deutsche ich basiere mich 100% auf das Wort Gottes aber ich finde diesen Ausdruck den wir hier jetzt gerade eben gelesen haben in dem Buch wo hier dann eben steht weil die Advokaten der Universität die bittersten Vorwürfe ungeschminkt ins Gesicht sagten ja das ist etwas das kann man sich heute eben gar nicht mehr erlauben jemandem ungeschminkt die Wahrheit zu sagen also ich kann mir das schon erlauben du auch aber ich rede jetzt von zwischen Anführungszeichen unserer Gesellschaft in der wir heute leben ja öffentlich auch vor allen Dingen gegenüber anderen es ist ja eben deswegen auch nicht auch verpönt weil ja auch kaum jemand die Wahrheit kennt und wir sind ja auch in der Geschichte oder meinetwegen in der Offenbarung ja auch schon weiter als vor 450 Jahren also damals gab es dann sicherlich auch noch den großen Aufschrei als die Bibel neu gedruckt wurden und überhaupt die Kenntnis des Wortes Gottes dann erstmal von den Menschen aufgenommen und verstanden worden ist heutzutage ist das ja alles mehr oder weniger schon in Vergessenheit geraten und es steht doch so ungefähr geschrieben die Zeit des Abfalls wird kommen und die Spötter werden kommen und ich denke mal das ist doch schon eine gute Beschreibung der jetzigen Zeit oh ja da stimme ich dir zu das ist eine gute Beschreibung der jetzigen Zeit ja wenn ich überlege wie ich noch aufgewachsen oder erzogen in einer katholischen Grundschule da kann man ja da habe ich natürlich heutzutage eine gespaltene Meinung zu aber es war halt einfach damals noch eine ganz andere Höflichkeit der Menschen im Umgang miteinander festzustellen dass wir aufgestanden sind wenn der Lehrer in den Raum betreten hat dass es für uns Respektpersonen waren und wenn ich sehe wie heutzutage die Leute da rumlaufen mit Körperverunstaltungen mit zerrissenen Hosen die als neu verkauft werden also dieser ganze Abfall dieses fehlende moralische Vorbild dieses fehlende moralische und ethische Fundament zieht sich durch die ganze Gesellschaft und das ist ja nicht ein deutsches Problem sondern es geht ja Welt um dass letzten Endes da jetzt heutzutage keine Vorbilder mehr herrschen außer everything goes und tue was du willst das sei das ganze Gesetz anscheinend ist dann so absolut ja das geht im Grunde zurück auf diese Lehren von Alice Bailey in ihrer Externalization of the Hierarchy ja die Externalisation der Hierarchie wo ich auch zwei ich glaube in total drei Stunden lange oder etwas längere Sendungen in Englisch drüber gemacht habe in meiner Videospielliste Nothing but the Truth das war sehr interessant da haben wir diese zehn satanischen Gebote Gebote besprochen die genau eine Umkehrung von dem waren was die zehn Gebote des Gottes in der Bibel sind und das ist leider eben genau das was sich heutzutage in unserer Gesellschaft verfestigt hat und man muss nur als bibelgläubiger Christ davon ein bisschen Abstand nehmen den Leuten immer irgendwas vorzuwerfen oder Verweisungen zu machen oder ja den Leuten selbst Vorwürfe zu machen weil ehrlich gesagt ich bin jetzt 52 fast aber vor ein paar Jahren war ich ja auch nicht anders und es ist halt nun mal so der eine kommt früher zu diesem Wissen der andere kommt später zu diesem Wissen andere kommen nie zu diesem Wissen aber so hat Gott es halt eben vorgesehen und das ist eben auch der Streit Michael den wir hier in dieser Gesellschaft haben dass wir damit leben müssen dass wir Dinge vertreten die für andere Dinge Narrheit sind oder Torheit sind wie es eben in der Bibel auch geschrieben steht und darum glaube ich im zweiten Buch der Korinther und die Weisheit Gottes ist der Welt ein Nachentum das ist nun mal so da müssen wir mit leben aber es hilft ja nichts den Leuten das vorzuwerfen nur was wichtig ist und dafür denke ich dient diese Lesung und sicher auch diese dieser Kommentar mit dir auch dazu den Leuten in der Hinsicht die Augen zu öffnen dass sie sich davon bewusst werden nämlich wenn man sich einmal davon bewusst ist dass nicht etwas weil es alt ist deswegen veraltet ist oder archaisch oder halt deswegen nicht mehr gut ist wenn man das erst einmal begriffen hat dann begreift man vielleicht dass die Welt früher wirklich besser war ich meine wenn ich zurückdenke an die Zeit 80er Jahre wo ich noch ein bisschen jünger war als heute und ich denke wie die Welt damals war dann muss ich ganz ehrlich zurückblickend heute sagen damals war die Welt viel besser als heute meine Eltern hatten in den 80ern genau das gleiche wenn die zurückguckten auf die 50er Jahre und genau so ging es wahrscheinlich auch ihren Eltern und den Eltern da vor und das ist eben ein bisschen das Problem was wir heutzutage haben von Generation zu Generation werden wir dümmer gehalten und werden wir mehr und mehr von dem Wort Gottes weggebracht ich habe damals als ich mit Walt Stickel noch Hour of the Truth gemacht habe da habe ich einen Satz geprägt da habe ich immer gesagt Walt die Generationen die 2-3 Generationen die heute auf dieser Erde leben heutzutage es hat noch niemals Generationen gegeben auf dieser Erde die mehr von Gott entfernt waren als die Generationen die heute leben abgesehen jetzt von den Leuten zum Beispiel im dunklen Zeitalter die das Wort Gottes ja nicht hatten aber abgesehen jetzt davon wenn wir jetzt ausgehen von der Zeit wo die Leute das Wort Gottes hatten wo die Leute die Bibel hatten seit der Zeit der Reformation hat es niemals zwei oder drei Generationen die gleichzeitig gelebt haben gegeben die weiter vom Wort Gottes entfernt waren als die Generationen die heute in 2018 die Erde hier bevölkern und den Punkt vertrete ich immer noch aber ich hätte da auch was Positives zu zu sagen denn schau mal wenn jetzt die Menschen die jetzt deinen YouTube Kanal abonniert haben und deine Videos sehen und solche speziellen Videos sich jetzt hier anhören weiß ich vielleicht auch kein Altdeutsch lesen und verstehen können wenn da nur einer drunter ist den du letzten Endes dann dafür begeistern kannst wo du einen Funken für entfachen kannst so wie das bei mir dann ja automatisch geschafft hast weil ich halt immer mehr deinen Kanal da abonniert habe und mir immer mehr Videos angeschaut habe und den Kontakt zu dir gesucht habe wenn du das nur bei ganz vereinzelten Menschen schaffst und das sind die Menschen die jetzt immer noch dieses Video sehen und deine Stimme hören oder meine Stimme hören dann ist das doch ein unheimlich tolles Gefühl und eine unheimlich tolle Geschichte eine unheimliche Frucht die da reift denn das führt sich ja dann auch über Jahrzehnte und eventuell Generationen weg denn wer sagt uns denn nicht dass heutzutage dieses Medium Internet dieses Medium YouTube heutzutage das ist was für die Leute vor 400, 500 Jahren vielleicht der Buchdruck gewesen ist ja wenn die nicht auf deinen Kanal gekommen wären wenn die nicht diese Lesung gehabt hätten hätten die vielleicht gar nicht dieses Aha Erlebnis gehabt und das muss doch eigentlich für dich oder für mich für uns und auch für die anderen Hörer da draußen eigentlich die Motivation sein zu sagen guck mal hier wir sind nicht alleine wir sind zwar von den Leuten als Spötter oder so beschimpft werden aber wir sind überhaupt nicht alleine denn uns liegt einfach etwas an der Wahrheit ich gebe dir da vollkommen recht ich will das in gar keinster Weise irgendwie abtun du hast 100% recht das ist etwas was ich selbst immer gesagt habe wenn ich nur ein oder zwei Seelen also wenn ich nur eine Seele nach dem Motto bekehren könnte oder zu Gott führen könnte dann ist für mich all diese ganze Arbeit mit all den ganzen Videos und sowas schon ertragreich gewesen da will ich überhaupt nicht widersprechen der Punkt ist doch nur dass ich es mal aus der Sicht Gottes probiere zu sehen Gott liebt jeden Menschen Gott will nicht dass auch nur einer vergeht und wenn ich dann aber sehe wie viele Menschen doch in der Sünde verbleiben und eben nicht für diese Dinge fassbar sind dann tut es mir weh das ist das was ich zum Ausdruck bringen wollte du hast vollkommen recht eine Person alleine wenn man das wirklich schafft eine Person auf denselben auf dasselbe Niveau zu bringen wie ich bin zum Beispiel das wäre absolut wünschenswert und sehr sehr schön wenn das so ist und ich möchte mir diesen Verdienst auch gar nicht anrechnen weil das ist nicht ich der das mache es ist der Heilige Geist es ist Jesus Christus der mich ansetzt diese Arbeit zu machen und nur durch ihn kann ich diese Arbeit machen es steht in der Bibel geschrieben wir für uns können überhaupt nichts aber in Jesus können wir alles und ich kann das hier nur machen weil ich es für Jesus tue und mit Jesus tue sonst würde das gar nicht gehen also auch kein Schulterklopfen für mich oder sowas das braucht es überhaupt nicht wenn es nicht mich gibt dann gibt es einen anderen der diese Nachrichten herausbringt das ist immer so gewesen und das wird immer so sein ich bin überhaupt nicht wichtig es ist die Botschaft die zählt und ich hoffe dass diese Botschaft halt hier und da bei einigen Leuten mal ankommt und dass die dann verstehen wie die Jesuiten es schaffen mit ihrer mit ihren Verhaltensweisen mit ihrer Ausbildung mit ihrer Politik uns so zu betrügen dass wir die Wahrheit nicht mehr erkennen können selbst wenn sie uns ins Gesicht lacht ich möchte da noch einen Satz zu sagen ich habe auch meine Menschen die ich unheimlich gerne auf diesen Pfad bringen würde was unheimlich schwierig ist weil es halt einfach eine private Sache ist weil da auch das Herzblut dran hängt aber es kann genauso gut sein und das ist das Schöne an diesem Internetmedium dass irgendjemand dieses Video heute hier in 20 30 50 100 Jahren nach welchem Stick Medium Handy was auch immer dann irgendwann hört und dass das was wir heute hier gemacht haben und das was du machst die Leistung die du die du da bringst mit den ganzen Vorlesungen dass es in den Menschen etwas bewirkt weit über weit über unsere Vorstellung hinaus und das fände ich einfach das unheimlich tolle wie viele Leute da draußen die gerade dieses Video hören sind krank können sich kaum bewegen und haben vielleicht die einzige Hoffnung dass es sich dann irgendwann mal ja die Herrlichkeit auch mal wirklich erleben können und dafür bete ich und dafür lebe ich auch einfach um zu sagen Leute es gibt einfach nie einen Punkt wo man aufgeben kann denn es gibt immer noch etwas zu lernen und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe mich jahrelang mit Politik mit allen möglichen Sachen mit Geschichte befasst aber so viel wie ich hier in diesen Schriften lerne und durch dich lerne habe ich noch nirgendwo gehabt und deswegen bin ich dir dankbar und deswegen biete ich auch gerne immer und überall meine Hilfe an und ich denke dass die Menschen die da draußen gerade dieses hören sicherlich viele eh nicht denken und dass sie vielleicht jetzt auch dieses Video in diese Richtung entwickelt hätten wir beide uns ja auch nicht denken können aber mir ist einfach wirklich so wichtig zu sagen auch wenn sie krank sind wenn sie da draußen große Probleme haben mir hat es immer unheimlich geholfen mich dann irgendwo einsam zu verkriechen eine Lampe anzumachen und einfach mal die Bibel zu lesen und zu wissen ich bin da mit meinen Sorgen nicht allein und es gibt mehr Menschen als sie glauben nur die die ähnlich sind aber die möchten sich halt einfach so auch nicht outen draußen weil sie sich halt einfach auch nicht der Spötter da preisgeben wollen aber es sind sicherlich viel mehr Menschen die so denken und so glauben und so fühlen wie man selber das hast du sehr schön gesagt Michael und dem kann ich im Grunde und will ich im Grunde auch gar nichts mehr zufügen das fand ich sehr schön gesagt wir sind ja auch hier mit unserer Lesung hier zu diesem Absatz gekommen wir hatten glaube ich den ersten Absatz auf Seite 240 im PDF durchgelesen und da kann man dann auch Schluss machen wir haben ja jetzt auch eine Stunde erreicht mit unserer Lesung von daher bringe ich das dann hier gerne zum Abschluss und ich fand das sehr schön was du heute beizutragen hattest zu dieser Lesung und das macht mir wirklich Spaß und ich möchte dich deswegen dazu ansetzen auch in der Zukunft dir vielleicht da die Zeit zu nehmen und mir mit diesen Lesungen beizuwohnen das so nimmt diese Buchlesung auf einmal eine ganz andere Form an wenn man sich natürlich in der Zwischenzeit auch mit jemandem austauschen kann dazwischen und eben auch mal andere Gesichtspunkte sieht und ich muss ehrlich gesagt sagen ich stimme dir da vollkommen mit zu eben dass es wahrscheinlich viele Leute gibt die lass uns mal sagen im Englischen gibt es diesen Ausdruck Closet Christians die irgendwie verschlossene Christen sind die zwar das Wort Gottes glauben und auch gerne leben wollen die sich aber nicht trauen in dieser Gesellschaft von der sie umgeben sind dafür auszukommen eben auch oftmals weil sie auch meinen noch was zu verlieren zu haben diesen Leuten möchte ich gerne am Ende dieser Sendung mitgeben von ihr habt nichts zu verlieren ihr habt nur alles zu gewinnen wenn ihr Jesus Christus ganz in euer Herz zulasst ihr werdet nichts verlieren es gibt so diesen diesen einen Ausdruck ich weiß nicht ob du das gesehen hast den Monty Feiten Film The Life of Brian ja da da kommt es drin vor dass er sagt you're born with nothing you're 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 going from this world with nothing so what have you lost in the meantime nothing du wirst geboren mit nichts du gehst mit nichts also was hast du verloren nichts du hast nichts zu verlieren aber du hast alles zu gewinnen die Liebe und das Wort Gottes unseres Herrn Jesus Christus der für uns vor knapp 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist und durch das verschütten seines Blutes wäscht er uns so rein dass wir vor dem Vater stehen können und von dem Vater adoptiert werden und Brüder mit Jesus Christus im Himmel sein können dieses Leben hier dieses Fleischliche muss abgelegt werden das Sterbliche muss abgelegt werden dass das Unsterbliche angenommen werden kann und wir müssen damit anfangen uns selbst zu verneinen unser Kreuz aufzunehmen Jesus zu folgen und vor allen Dingen müssen wir lernen dass wir klein sind wir dürfen uns nicht immer erheben und da geht es ja in dieser Welt überall drum es geht ja nur noch um ich 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 und außer mir zählt gar nichts mehr und ich bin der Größte und der Beste und der Stärkste und der Schlauste und alles drum und dran nein man muss ich weiß nicht wie sagt man das im Deutschen Humble ja erniedrigen ja bescheiden ja man muss sich bescheiden ja wir müssen mal das erkennen was wir wirklich sind wir sind alles furchtbare Sünder und wir hängen nur ab von der Gnade unseres Herrn sonst von gar nichts keine Werke die wir verrichten nichts was wir tun kein einziges Gebet keine einzige Tat die wir verrichten können nichts und gar nichts lässt uns in Gottes Augen gut erscheinen nur dass wir das verschüttete Blut von unserem Herrn Jesus Christus als unsere Erlösung annehmen das ist das Einzige was uns reinwäscht seine Gnade seine große Güte seine Liebe und seine Gnade wäscht uns rein und sonst gar nichts so wenn du noch eine abschließende Bemerkung hast dann bitte das waren das waren jetzt so starke Worte ich hatte mir zwar was vorgenommen aber es fällt jetzt echt schwer ich drücke es mal ganz 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 versuche es mal ganz klein und bescheiden auszudrücken wenn wir etwas hinterlassen können anderen dann vielleicht den unerschützlichen Glauben dass es da noch viel viel mehr zu entdecken gibt und dass man halt einfach als möglichst versucht anderen zu helfen denn das ist ja der eigentliche christliche Glaube indem man halt indem sich der Vater mehr über ein verlorenes Schaf freut als über 99 Gerechte die nicht nötig haben umzukehren und das ist eigentlich sowas wo ich mich auf die Stufe oder wo ich mich auf dieselbe Meinung stelle und immer an so ein Kind denke was mir unheimlich am Herzen liegt und ich immer froh bin wenn die mich fragt dann kann ich ihr einen vernünftigen Rat geben und so sehe so sehe ich auch eigentlich die Aufgabe dass man halt anderen hilft auf den Weg zu kommen und wie man das als Vater gegenüber einem Kind macht oder als als gesunder gegenüber einem kranken oder halt als stärker gegenüber einem schwachen solange wie wir können solange wie wir hier sind sollten wir halt einfach niemals aufgeben den Menschen die Wahrheit näher zu bringen es gibt Menschen die wollen die nicht hören es gibt Menschen die können die nicht vertragen aber irgendwann kommt jeder zu dem Punkt wo er halt einfach froh ist eine gewisse Hoffnung zu haben und ich denke du machst das so klasse den Menschen Hoffnung zu geben mit deinem mit deiner vage heilsgetreuen Wiedergabe des Wortes Gottes Danke dem habe ich jetzt auch nicht mehr viel hinzuzufügen außer zu sagen danke fürs Zuhören danke fürs Zuschauen und das war der 20. Teil der Buchlesung von Theodor Griesinger und abonniert euch auf den Kanal wo das erscheint und kommt bitte zurück zur 21. Lesung und in der Zwischenzeit besorgt euch das Buch gratis als PDF im Internet runterzuladen und vergesst nicht an erster Stelle steht die Bibel lest die Bibel lest das Buch von Genesis lest das Buch von Daniel lest die Epistel von Paulus lest die Offenbarung das sind die Bücher die mir als erstes einfallen die die ungefähr so wichtigsten Bücher sind aber lest die ganze Bibel lest sie von vorne bis hinten quer durch immer wieder das ist die einzige Wahrheit die wir in dieser Welt in der der Teufel nicht will dass wir sie finden haben bis zum nächsten Mal Maranatha 4 1 2 2 1 2 3 2 2